Ich liebe es hier zu arbeiten, weil das Team unfassbar toll ist und die hochmoderne Technik uns viel erleichtert. Mir gefällt im Zentrallager das abwechslungsreiche Arbeiten, dass man einfach mal in der Kommissionierung arbeitet, die anderen Tage im Wareneingang oder im Warenausgang. Jeder Tag ist anders. Ich arbeite gerne hier, weil wir noch ziemlich am Anfang stehen und ich kann jeden Tag was dazu lernen und das motiviert mich. Die Technik nimmt uns viel ab, auch körperlich. Das heißt trotzdem, dass man mitdenken muss. Die Besonderheit hier bei uns im Wareneingang ist der Geodatenscanner. Der erfasst für uns die Daten von den Produkten, dass wir das im PC speichern und dann einlagern können. Ich mache die Arbeit glücklich. Ich kann sein, wie ich bin und ich genieße es hier jeden Tag. Ich komme gerne zur Arbeit. In der Kommissionierung kommt die Ware zum Mann. Das heißt, wir müssen nicht lange suchen, nicht schwer heben und können den Artikel direkt in die Kiste packen. Das Zentrallager ist ja gerade neu gebaut worden und das Schöne ist, dass die Halle schön groß und sauber und gut beleuchtet ist und dass wir durch die Fördertechnik die Kisten von A nach B schnell transportieren können. Das Schöne ist, dass man sich hier weiterbilden kann. Ich mache gerade meinen Logistikmeister nebenbei und wir haben hier einen Autostore und eine Pick-by-Light-Anlage, die ermöglicht ein schnelleres Arbeiten und jeder Mitarbeiter weiß sofort, welcher Artikel aus welchem Regal entnommen werden muss. Ich habe vor drei Jahren eine Umschulung gemacht zur Fachkraft für Lagerlogistik und von meinen Kolleginnen und Kollegen wurde ich ganz schnell und nett aufgenommen. Ich komme tatsächlich gerne zur Arbeit, weil ich arbeite gerne mit meinen Kollegen und ich will ja wissen, wie es sich weiterentwickelt. Das motiviert mich. Bewirb dich jetzt! Komm zu uns ins Team! Wir freuen uns auf dich! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Ci zu der jetzt? Vielen Dank.